Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Super Mario Bros. für die Wii. Spielen wir gleich mal den First Level. Ist einfach eigentlich. Ich labere jetzt mal nicht so viel, weil es bringt einem ja eh nicht viel. Aber ich bringe nur das Ergebnis was hin. Komm her. Komm her. ja ich habe keinen Schwung, weil wie mache ich das denn jetzt? naja, so geht auch tadaaa, fertig tada 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 Super jetzt schnell der zweite und ich geh mal kurz weg, ich muss die Videoeinstellung noch schnell beenden so, jetzt gehts bei mir weiter ok 2. Level ich verschwinde im Boden, tada i verschwinde im Boden, tada tada!? RIA Ich probiere jetzt immer ein paar Spiele aus, das wird eine schöne Runde. Ich habe in letzter Zeit immer Lego-Videos gedreht und wollte mal was Neues machen. Und ist mir halt das da eingefallen, ne? Ist auch ein schöner Tag. Ich werde ein paar Spiele ausprobieren, dabei auch viel Spaß haben. Sicher. Das war das erste Spiel, das mir eingefallen ist, deswegen spiele ich das jetzt auch als erstes. Also FIFA wird auch noch dran kommen, damit ich mir ganz sicher... Jetzt kommt der beste Teil. Das ist auch super, ja. Tada! Tralala! Na, auf dem Level habe ich jetzt keinen Bock, deswegen... Oh, ne, nicht gegen diesen Vorzock, oder? Ah, der springt schon so dick. Scheiße, ich hasse den. Vier Stück, ah, los geht's. Perfekto. Oh, la 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 la. Sorry la 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 la. Du 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 du. Huh. So, wir haben den Level hier versucht. Mal gucken, was das da so fern heißt. Hab ich noch gar nicht gespielt. Unglaublich. Ui. Ui. Ne, ne. Die, diese Level mag ich ja gar nicht. Ne, ne, gar nicht. Na toll. Das hab ich noch verkackt in der Scheiße. Laufen. Halt, stopp. Nein. Verdammt, aber auch. Oh, jetzt bin ich tot. Tja, das musste halt passieren. Oh, oh, oh. Nochmal, gleich ins Werk. Let's go. Let's go. Let's, let's go. Wär schon fast wieder ein Tod gewesen, wenn ich nicht eingegriffen hätte hier. Na, 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 na. Du, Fetzer, bleibst draußen. Ja, komm schon. Hier runter. Ja, Josef ist wieder da. Perfekto. So. Der ist ja ganz einfach eigentlich. Ich hab's nicht recht, der Lerner. Geht ja eigentlich. Ich hab's nicht übermäßig schwer. Alter Schöne. Okay, der letzte war... Knapp, knapp, knapp. Mario time. Mario time. To, To. Ja. Wundervoll, haben wir ein Level geschafft. Gehen wir mal in eine andere Welt. Ich kann mich nicht entscheiden. Okay, eine zweite Welt. Also nichts, zweite Welt. Super. Gleich mal der First Level. Hoppe die ab. Komm mal los. Rolle. Oh ne. Ne, ne, ne. Jetzt ist aber genug, mein Freund. Warte, wieder die... Das geht's doch nicht. Habe ich gleich? What the fuck? Noch so ein Teil. Tschüss. Hey, du stoppst jetzt. Egal, was du... Nein. Ey, ich hasse nicht diese Teile ab jetzt. Das ist witzig. Das geht doch gar nicht mehr schwer. Aber ich hab' einen Geheimgang gefunden. Das ist gut. Ich geh' jetzt trotzdem zurückkommen. Wenn noch so ein Item zu holen, das ist früchtig. Schnell! Ich hab' einen Geheimgang honoriert. Ich hab' einen Geheimgang gefunden. Ich hab' einen Geheimgang gefunden. Prozent es ist Prozent 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 U.K. L 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